klingeling an der haustür einer 82 jahre alten dame hallo polizei sie haben uns gerufen weil gegenüber in der wohnung ein pärchen immer nackt durch die wohnung hüpft lassen sie mich mal ans fenster der polizist schaut in die gegenüberliegende wohnung und sagt aber ich sehe gar nichts entgegnet die alte dame von da auch nicht hier auf den schrank müssen sie klettern ein polizist hält eine blondine bei einer verkehrskontrolle an fragt der polizist haben sie vor antritt der fahrt irgendwelche alkoholischen getränke zu sich genommen sagt die blondine ja zwei tequila sieben pilz und vier rotwein der polizist erstaunt oh dann müssen sie jetzt aber mal blasen darauf die blondine gott sei dank erwacht meister die beine hätte ich nämlich jetzt nicht mehr auseinander bekommen